Hallo Leute und ein fröhliches Osterfest Weiter geht's mit Final Fantasy 14 mit dem Festtagsevent So, wir machen die Ostereier-Suche auf YouTube Ah, ist das schön Ich hoffe, der nimmt das so auf, übrigens Ansonsten, glücklicher Lusthase Nein, Uni-Unglückshase Oh, ist aber böse Ah, wollt ihr mitmachen? Oh ja, komm, das gemeinsam Ostereier sammeln Äh In der Nähe des Hexenstübchens Oh, das ist da unten Das ist da unten Wo seid ihr? Oh Geht's da lang? Muss erstmal alles harmonisieren Sekunde, bitte Ah, guck mal, Mogri Ich find Mogri super, übrigens Ein himmeliger Hase Ei, ei, ei Gekocht nicht roh, machen kleine Kinder froh Äh, und Abenteurer ebenso Ja Hihi, ich bin Nonota Doch in dieser Aufmachung könnte man mich glatt für einen echten Hasen halten Kennst du meine Freundin, äh, Yili Aliapod Aliapo Sie und ich wollen auch dieses Jahr gemeinsam dafür sorgen, dass die Wundereier-Suche ein wunderbares Fest für alle wird Ja, Damokles, hi Bist du hier, um mitzumachen, oder was führt dich zu mir? Äh, ja Ich kommuniziere durch Gestik Äh, ach Du willst bei den Festvorbereitungen helfen? Das wäre mir mehr als recht Wir können gerade jede helfende Pfote, äh, Hand gebrauchen Es gibt da nämlich ein kleines Problem Wir haben dieses Jahr Hühner besorgt, die ganz spezielle Eier legen können Doch ich hab vergessen, die Tür zum Hühnerstall zu schließen und alle Hühner sind ausgebüxt Woher sollen wir denn jetzt unsere Spezialeier kriegen? Sie sind in den tiefen Wald gerannt, bitte hilf uns, sie wieder einzufangen Ein paar Helfer sind bereits vor Ort Einer von ihnen wird dir etwas geben, das dir bei deiner Aufgabe, oder, das dir deine Aufgabe erleichtern wird Und außerdem ein Hasenkostüm, damit du auch ein bisschen Spaß an der Sache hast Wenn du bis zum Ende als Helfer dabei bist, darfst du das Kostüm behalten Na, ist das ein Angebot? Das ist so süß Ja, ist okay, macht das Ja, soll ich denn machen? Oh, da gibt's noch eine Quest für mich Ah, die mach ich noch mal Oh, da ist die Karre schon wieder Ich find das so cool mit dem Auto Dankeschön So Darf ich nicht mehr vorne sitzen im Taxi, hab ich gehört Okay Was läuft hier? Oh, ayoway, das darf wohl nicht wahr sein Unsere Hühner sind abgehauen Es sind besondere Hühner, die ganz bescheiden Ja, 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 das weiß ich schon Ich erkläre euch, wie du am besten vorgehst Eine Hilfe anbieten Ja Ah, sicher Danke, dann gebe ich dir jetzt das notwendige Material Das wäre zum einen ein Netz Vogelleim und ein Hasenkostüm Äh, genau Letzteres Heb die Stimme und steigert die Motivation Ja, ja, Verkleidung Ah ja Dass du dann staus versehentlich aufhebst Bani Bruga, ja Ich bin total niedlich Ah, ich hab's So witzig Flop Flop Hat er anfangen's? Ja Ja Ich hab nichts dafür gekriegt, aber 10 Juwelen Eier Eihaare Ei, 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 ei Das ist super Ich hab's geschafft Okay, wo muss ich das jetzt abgeben? Oh, ich muss wieder hier zurück Gibt's hier irgendwo ein Schnellreise-Teil? Nein, echt jetzt? Ich muss wieder ganz da hoch Okay Du kannst kein Teleport wirken Oh, dankeschön Oh Was? Mit meinem Aussehen kann ich das? Oh Sekunde Dankeschön Ja Monata Vielen Dank, dass du die gefiederten Ausreiser für uns wieder eingefangen hast Jetzt musst du nur noch Die Liebescheid sagen Sie wird vor Freude bestimmt einen Hopser Einen großen Hopser in die Luft machen Ei, 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 allein Oh, oh Sie ist verschwunden Muss man die jetzt öfter machen, die Aufgabe, oder wie? Da seid ihr ja wieder Ist alles bereit für das Fest? Äh Gacka, gacka Bok, 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 bok Bok, bok, bok Alter Wie bitte? Sehe ich etwa aus wie ein Huhn? Oh Gott, war das so gerade gruselig Wie ich geschaut hab Jedenfalls herzlichen Dank für deine Hilfe Wir versprachen, äh, zur Belohnung ein Hasenkostüm Oh, ich hab das Hasenkostüm Zieh jetzt zum Fest an und verbreite frohe Stimmung Du wirst sehen, alle werden fröhlich, äh, folglich zu dir sein und dich streicheln wollen Einfach herrlich Ich verabschiede mich hiermit Ich hab noch was zu erledigen Ich kann dir zwar noch keine Details verraten, aber du spielst dieses Mal bei der Wundereiersuche eine wichtige Rolle Komm nochmals kurz vor Festbeginn vorbei Okay Der ist halt viel besser als das, was ich gerade trage, übrigens Vor der Verteidigung Habe ich das jetzt nur während des Fests Oder habe ich die Hasen-Sachen die ganze Zeit Nicer Fursuit Ja, ich weiß Du hast die erste Hälfte der Wundereiersuche erfolgreich abgeschlossen Wann du die zweite Hälfte des saisonalen Ereignisses Wann die zweite Hälfte verfügbar ist, fährst du auf dem Lodestone Ich kann mir nur das Kostüm anziehen, was auch super ist Was ist heute ab 17 Uhr? Ach, heute ab 17 Uhr ist der zweite Teil Oh, der sieht ja auch heiß aus hier Sweet Lana, Zuckerstein Kannst der Fruchtbarkeit... Oh mein Gott Nein, nein Ah ja, kannst du eintauschen Ah Auch bei ihr wieder? Ah nee, saisonales Geschäft, die Träumerin Hasenkopf gegen 5 Eier Stoffhase Tischdekoration Ein Wundereiersuche-Plakat Und Holoprisma Wundereiersuche Ei, 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 wer ist dabei? Bei der lustigen Wandereiersuche Sie fängt jetzt nämlich gleich an Und dank deiner tatkräftigen Unterstützung Haben wir auch alle notwendigen Eier beisammen Jetzt kann es losgehen Was fragst du dich? Na, die Hasenparade Jedes Jahr hoppeln wir nämlich alle als Hasen Verkleidet durch die Straßen Und verteilen bunte Eier an die Kinder Die perfekte Aufgabe für dich Wenn du das eben so siehst Geh zu Nonota Und sie wird dir alles weitere erklären Ja, dann mach ich das mal Da ist sie nämlich schon Ja, Nonota Ja, Randoms sind immer so eine Sache Entweder hast du gute Leute Du hast Glück und es geht flott Oder du hast Leute, die können gar nichts Und das ist traurig Ei, 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 wer bringt's getragen? Das Wunderei in bunten Farben Eins, zwei, drei Hühnerei Die wetzen alle schon los hier Ich komme gleich Oh, du improvisierst Nicht schlecht, alle Achtung Naja Wie auch immer Dass du hier bist Heißt wohl, dass du beim Verteilen der Eier Helfen willst Wie dir Jilly bereits schon erzählt hat Wollen wir uns als Hasen verkleiden Und die Kinder mit bunten Eiern beglücken Doch es wäre es nicht wunderbar Wenn die Eier ein Geschenk enthielten Ja, wäre schon toll Das fanden auch andere Denn es ließen sich problemlos Freiwillige finden, die anboten Sich um die Füllung der Eier zu kümmern Würdest du mich Was, was, würdest du für mich Einige der Helfer treffen Und die gefüllten Eier einsammeln? Na klar Na klar Oh, hier Ich muss, glaube ich, das Hasenkostüm anziehen, hä? Hasenkostüm Oh, das ist der Zielort Dann warten wir mal Das wiederhole ich jetzt nicht, was im Chat steht Ah, okay, Yoshino Oh, ich freue mich auf die Dungeons so ein bisschen Du bist doch Verzeihung, das tut nichts zur Sache Ich nehme an, du bist hier, um das gefüllte Einempfang zu nehmen Oh, warte, das ist ein Vornehmerhase, Entschuldigung Hier, bitteschön, da ist es Schön, dass man nicht wirklich warten muss Das ist manchmal so viel los, ich sehe meinen Mauscursor gar nicht Oh Gott, der Hase Wer denn, was? Das sind doch alle Hasen Gefüllte Eier Der müde Geister garantiert wiederbelebt Wir haben übrigens letztens Eis gegessen Ich hatte Mokka Da habe ich aus Versehen unserer Tochter was abgegeben Ich glaube, war nicht so gut Also sie hat Ich glaube, sie hat schon ein bisschen reagiert drauf Oh, da ist ja gar nichts los hier Guck mal Wie Und? Was kommt jetzt? Oho, äh Ich meine Hoppel, hoppel, hoppel Bist du wegen des gefüllten Eis hier? Vielleicht Oh Boah Oh, so Ich habe mich gar nicht vorgestellt Ich bin Gott Goldi Der goldigste Hase Unter der glückenden Sonne Talalas Talalalalas Was für ein kreatives Umfeld Hasen und bunte Eier Wohin man sieht Mein Künstlerkopf explodiert gleich Keine Angst Das brauchst du nicht wörtlich zu nehmen Was ich eigentlich sagen wollte Ich habe als Füllung für das Ei Lauter Accessoires angefertigt Die von der Wundereiersuche Inspiriert sind Eine goldene Uhr mit eierförmigem Zifferblatt Einen Ring und einen Eiergroßen Diamanten bestückt Was die heutigen Jugendspunde halt so brauchen Achtung, das Ei ist ganz schön schwer Echt jetzt ein Diamant? Grüßt ihr Kinderlein, schön von mir Salve Apropos Kind Apropos Kinderlein Wo sich wohl mein kleiner Hildi-Hase aufhält Okay Drei Tage wach? Ne, war sie nicht War sie nicht Aber es war nicht so schön Sie war halt sehr Viel rumgeschrien Okay, wie komme ich jetzt hier rauf? Hilfe Ach da Oh, jetzt kommen die ganzen Hasen Ich sehe, es haben sich schon einige sammelt Haha Hallo, willst du bei der Wundereiersuche mitmachen? Oh ja, will ich Okay, vergiss es Die Parade fängt gleich an Dann aber schnell wieder die Klamotten anziehen Ja Kann man auch langsam laufen Ich kann nicht langsam Ich nehme noch teil Okay Ich wollte gerade sagen, hätte ich jetzt nicht teilgenommen Uiuiui Dankeschön, mach's gut Okay, das Die ersten Kinder sind da Keine soll mit Leeren hinten nach Hause gehen Hier, Eier Eier präsentieren Oh, das hört sich falsch an Juhu Die Kids freuen sich Komm mal Das hört sich nicht richtig an Was auf dem Numbert Oh, auf dem Numbert mache ich lieber nichts Weil mit OBS Ist das nicht gut Da sind einige Sachen belegt Oh, ich will so ein grünes Hasenkos Oh, das ist Metallic Grün Eieiei Ich will das auch Oh, so ein Silber Metallic Das wäre schon geil Welch Iron Bunny Mhm Die, 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 die Eieiei Singt er die ganze Zeit Eieiei Ich find das niedlich Wo sind die Kinder Wo sind die Kinder Eieieiei Das ist voll niedlich hier Ich find Hm Ah, mit Z kann ich die ausbinden Okay Boah, ein Hase, der sprechen kann Aber nicht permanent Das ist schade Ja Ei Peng D, 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 d Ich seh Kinder Zück die Geschenke Waaah Wie sie alle schreien Waaah Was hier los ist Nimm mit Und dann prügel sie sich drum Wessen Ei du nehmen sollst Ja D, 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 d Nose Oh, nose Ich find's voll witzig Vor allem die Gaudi Die, die machen Waaah Bip, b, 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 b Oh Wo sind die Kinder Nein, ich will nix sagen Boah, ein Hase, der sprechen kann Ja, ich bin natürlich ein echter Hase Die anderen sind alle fake Das begin gift to each other Nein Oh nein, die Parade endet bald Ich will nicht, dass es endet Hier haben wir noch mehr Oh, nehmen sie jetzt alle Zum Eier, so lässt es auskippen Über den Kind Ah, nehm die Eier alle Wer für dich gemacht Boah, jetzt kommen sie aber hier Komm mal Hallo Kannst du dich mal anklicken Es ist eigentlich egal, ob man überhaupt eins Versorgt von den Kindern Oder spielt das Spiel wahrscheinlich keine Rolle Oder Hauptsache, du machst mit Wir haben es geschafft Hast du viele Kinder beschenken können Ja, weiß nicht Das hat ein bisschen laggy, ne Oh, da fehlen noch welche Ist auch nicht durch Schön, wir haben es geschafft Genau Da ist er Eve, ich muss mich bei dir bedanken Das Fest ist bei unseren kleinen Besuchern hervorragend angekommen Um sich davon zu überzeugen Brauchte man bloß einen Blick auf ihre strahlenden Gesichter zu werfen Vielen Dank Eli wird sich freuen wie ein Schneehase Sie erwartet uns in Mi Kettos Amphitheater Ja, dann Ab Ab dahin Wui Oh Von dem Anteil Oder dem Gruppenanteil ab Die Belohnung Hängt das Okay Da bin ich mal gespannt Ich treffe sie nicht mal Nein Kann man die kleine Da bist du ja Eve Und auch Nanotta Müde, aber hochzufrieden Die Hasenparade hat Spaß gemacht, was? Eigentlich sollte ich ja dafür sorgen, dass keiner der Hasen aus der Reihe hoppelt Aber dann konnte ich mich nicht zurückhalten und habe mich einfach der Parade angeschlossen Zitze, Amtsvernachlässigung nennt man das Pah, ich würde es jederzeit wieder machen Und die glücklichen Gesichter haben gezeigt, dass wir alles richtig gemacht haben Dir aber haben wir es zu verdanken, dass wir Freiwillige fanden Dir für uns die Eier mit wunderbaren Geschenken gefüllt haben Sie haben sich alle bei uns gemeldet Als sie von deiner Teilnahme hörten Ja, natürlich Ich war es Ich weiß nicht, in welchem Verhältnis du zu ihnen stehst Aber sie scheinen großen Respekt für dich zu haben Auf diese Weise ziehen deine guten Taten weitere Taten nach sich Ich hoffe, du hilfst auf anderen Äh, auch anderen bei der nächsten Wundereier-Suche Ja, klar Zarte Bio-Gangster Aber Geely, das Fest ist doch gar nicht zu Ende Das weiß ich natürlich Ich werde auch bis zum Ende dabei sein Sonst wirfst du mir bloß wieder Amtsvernachlässigung vor Wenn du Lust hast, dich wieder in die Reihen der Langohren zu gesellen Und Kinderherzen zu entzücken Dann kannst du das jederzeit tun Ja Ja, dann ey Oh, guck mal so ein Eier-Mobile Wir haben es geschafft Es gab ein bisschen Geld dafür Und das saisonale Ereignis ist abgeschlossen Das war doch schön Oder Kinder Ja Ja Die Träumerinnen bieten neue Gegenstände in ihrem saisonalen Geschäft an Sammle Juweleier und tausche sie bei den Träumerinnen gegen wunderbare Gegenstände ein Zieh dich in dein Gästezimmer zurück, um dir die Zeit mit unterhaltsamen Minispielen zu vertreiben Ich weiß übrigens nicht, wie das mit dem Gästezimmer funktioniert Immer noch nicht Lala Lala Äh Wo war das nochmal? Oh Gott, ich find den NPC grad nicht Hier Da ist er So, was haben wir denn jetzt? Da ist doch nichts Neues Ein feiner Hasenanzug Oh, der hat eine Schleife drauf Mach ich das doch Aber mehr gibt's nicht Was Gästezimmer schaltest du frei Beziehen kannst du die über die Abenteuergilde in Großstädten Ah, okay Polo Prisma Wundereiersuche Wunderplakat Und Stoffhase Da hol ich mir auch noch Soll ich? Ich darf schon mal welche Ach, das ist das jetzt oder wie, was jeder die ganze Zeit rumstreut Oh, das ist es Peng Okay Oh, was? Ja Ja, weiß ich Oh, ich hab doch noch Okay Oh, das Plakat brauche ich ja nicht Wozu Eier sparen, ne? Ich mein Ist schon richtig so Warum soll ich das sparen? Ein Oh Also jetzt So, das war's dann auch zum Oster- oder Eierfest Sucht's euch aus, wie ihr es nennen wollt Es war im Livestream gespielt Und ich danke nochmal ganz, ganz, ganz besonders Das Söckchen Denn sie hat mich überall rumkutschiert Sonst wäre ich da nicht so schnell hingekommen Aus dem anderen Gebiet, in dem ich war Ich bin viel zu low-levelig gewesen Auf jeden Fall danke für die Aufmerksamkeit Und schöne Feiertage Bis dann